Herzlich Willkommen zurück, schön dass ihr wieder da seid. Ich bin euer Sly und ja, es wird gestorben. Ich mache jetzt noch eine Folge, weil... Fuckin' Herr. Gott, sind das üble Viecher, ey. Ich habe irgendwo den alten Sack vergessen und ich weiß nicht wo. Also unsere Aufgabe lautet jetzt... Bitte... Lautet jetzt, finding way home. So Private Jackson. Gott sei Dank ist der Weg runter hier echt easy. Den haben sie wenigstens gut gemacht. Dafür ist er rauf halt, die Hölle. Okay. Check. So. Irgendwo ist der alte Sack. So, ich habe so keinen Bock auf die, ne. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wo war der alte Sack gefangen? So. 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 richtig. No, 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 no. Webellied? Was zum... Ah, Gesellschaft und Schutzleisten. Okay. Dankeschön. Oh, fucking hell. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Oh. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. ich will mich fokussieren das kriegst du halt so nicht hin irgendwas ist hier noch nicht koscher oh fuck ich hab das ding nicht gesehen irgendwo im tiefnest ja bin ich gerade ich weiß noch nicht mehr wo es war wenn vor allem ja auch das eine secret auf die tür die tür habe ich mir markiert weiß das ist so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier muss es eine Abkürzung geben. Ja, da oben. Wart mal, Gratis-Dinger nehme ich natürlich gerne mit. Das ist ein dankbarer Gegner, weil da kann ich mich relativ gut dran heilen. Drei Hits. Das ist ganz anständig. Na klar, falsche Richtung. Was sonst? Keine Zeit für euch. No time. Ain't no rugs for the wicked bitches. Okay. Moment mal. Danke. Irgendwas stimmt hier nicht. Zote. Genau, so hieß er. So, und hier war irgendwo meine Seele. Die wollte ich haben. Danke. Okay, das Secret haben wir. Das Secret kann ich jetzt hier weg machen. Also, was auch immer das ein Secret war. Wir haben so ein Ding gefunden. Aber ihr seht, hier habe ich das mir markiert gehabt, weil ich ja schon da war. So, und irgendwo hier in dem Gedödel ist der alte Sack. Mein Primärplan wäre jetzt, wir gehen hier hin. Aber dann können wir notfalls nämlich einmal diesen Run hier nochmal machen. Das heißt, Plan lautet jetzt zur Bank. Zur Bank, Leute. Nice, wie er da durchläuft. Wie ein geölter Blitz. Oh, Arschloch. Na, alles richtig. Gehen fort. Ich muss zur Bank. Ich muss die Schäfe nach Hause bringen. Und dann will ich sagen, ich mache alles richtig. Blaubeer. Gute Nacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, oder häufiger. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch überfreuen. Boah, die sind noch nicht verpestet. Alle sind noch happy hier. Sagt er. Wilde Spinnenwesen schlüpfen aus den Kadavern. Steh auf, ich habe schon wieder tausend Orten. Dann halt nicht. Hallo, hallo, was für ein Nervenkitzel. Hier mitten in der Höhle der Bestien durch warme Behaglichkeit zu finden. Ja, jeden Dienstag und jeden Mittwoch ab 18 Uhr, jeden Sonntag ab 16 Uhr. Weiße Blaubeer, ne? Hau rein. Ist es zweifelt uns ein wilder Ort, angeblich gibt es tief unten im Bau ein Dorf. Seine Bewohner haben den König von Heiland. Das ist nie anerkannt. Das ist doch eine Weile bei mir, dieses Wasser wirkt Wunder bei müden Beinen. Ja, würde ich ja gerne, Junge, ne? Okay, Plan lautet. Ich weiß halt nicht mehr, wo der alte Sack war. Ist der auf der Karte markiert? Die du hast? Weil wir haben den gesehen und vergessen zu markieren. Plan wäre jetzt für mich, nochmal hier den Weg hoch und hier wieder Abstecker und hier runter zu machen. Hier unten, glaube ich, war er nicht. Der muss, glaube ich, hier irgendwo gewesen sein. Ich sag mal so, ich hab jetzt nur 40 Sekunden für die Folge. Leute, wir banden hier die Folge. Letzte war eine länger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Sly. Ciao. Weil wir sagen, dann ist es besser! Ja, einen Punkt mal schmerz medical noche?